Tatsächlich, weil ich war nach der Arbeit in der ersten unterwegs, ich war dann noch gar nicht zu Hause, deswegen kamen die Videos auch relativ spät online eigentlich. Du planst nicht? Hatte ich eigentlich, aber YouTube hat mal wieder keine Lust gehabt. Oh, das kenne ich auch, dann denkst du, wirst du kein Video da. Genau, und ich kam halt etwas, wann war ich zu Hause, ich glaube um 4.05 Uhr oder so, dann hatte ich die Videos erstmal alle online gestellt, dann hatte ich dann eben kurz das Infovideo noch rausgehauen, damit die Leute wenigstens wissen, dass ich stream, oder die, die das dann sehen, halt wissen, dass ich stream. Ja, ist halt so. Ich glaube, das war umgespielt, ja. Das kann sein, das war der eingepenntes im Stream. Der sich erst dann mit Energy-Dienst voll geplacert hat die ganze Zeit, und dann eingepenntes. Irgendwann. Das ist sowieso auch mal so geil, da ändert die Drinks. Ja, als ob die was bringen. Ja, also bei mir bringt es definitiv nichts, ich kann die trinken und gleich nachher schlafen gehen. Ja, genau. So ist es bei mir auch. So. So, dann baue ich eben noch die Türen hier in der zweiten Etage fertig und dann mache ich auch Schicht. Dann kurz noch die Zaunelemente hier dran klatschen. Ne, am Anfang habe ich tatsächlich erst mal so gezeigt, was ihr so alles gebaut habt. Mal wieder... Ja, bei der Kirche habe ich eingeschaltet. Genau. So, ich muss sagen, was der Ort war letzten Tage echt fleißig, da. Ganze Quarz-Verzierung. Das Lustige war ja, als ich das, keine Ahnung, wann er angefangen hat, auf jeden Fall irgendwann mal gesehen habe, auf der Landebahn. Ja, das ist so geil, als du so eine riesen Vorlage hast, da baust du etwa drauf los und nach x Stunden schaltst du die Vorlage ab. Das sieht so genial zum Lachen aus. Das sieht hier, wie ein zerschossenes Gebäude aussieht dann. Da haben wir was gebaut, da haben wir was gebaut, da ist ein Loch drin, da fehlen Steine. Ja. Gut, gibt keine Physik in Minecraft. Den nächsten Stream, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Es kann sein, dass wir vielleicht am Sonntag streamen. Vielleicht. Es kann auch sein, dass wir morgen streamen. Aber das wird kein Minecraft dann werden, der nächste. Das ist das Einzige, was dann halt den Unterschied macht. Es wird dann wahrscheinlich kein Minecraft-Steam werden. Wenn wir morgen streamen, wird es EU4 werden. Also Europa-Universal ist Teil 4. Wenn. Je nachdem, wie ich morgen von der Arbeit komme. Mhm. Entweder zu Fuß oder in dem Auto einzubeiden. Ich gehe mal mit Auto aus, aber halt mit Augenringe bis, was weiß ich, wohin. Oder ich kann morgen, vielleicht habe ich auch morgen die Chance, dann ein kleines Mittagsschläfchen zu machen. Dann geht's auch. Je nachdem, wie der kurzer Morgen drauf ist. Mal gucken. Genau, ich wollte jetzt sagen, was heißt denn? Oh, kannst du mal für den Kleinen schauen? Ich muss kurz weg. Dann Party! Ja, also, ja, ja. So ungefähr, ja. So. Naja, wenn wir morgen EU4 streamen können, können wir ja eine neue Partie anfangen mit selbst erstellen. Richtig. Das kann man auch machen, ja. So, das sagen wir schon mal die zweite Staffel aufzeichnen. Dann halt einsetzen, wenn wir die erste wenden. Okay. Was ja, wie wir wissen, bald passieren kann oder länger braucht. Ist aber schon zweimal passiert. Ja, vor dem zu. Wir mussten ja schon zweimal Autosafe laden. Ja, man muss ja spoilern. Brauchst du nicht. Die letzte aufgenommene Folge kam heute. Also Spoiler ist da nicht. Ja, so spät wie Videos kamen, kann man nicht alle schauen. Ja, gut, EU4, obwohl EU4 tatsächlich, finde ich, gut läuft auf dem Kanal. Das hätte ich nicht erwartet. Weil eigentlich ist das Spiel, ist halt sehr komplex. Das gucken eigentlich nicht so viele, weil das eigentlich, das ist ja ein reines Strategiespiel, ein komplexes Strategiespiel. Ähm, aber das läuft, finde ich, relativ gut, tatsächlich. Immer so 20 Aufrufe oder so pro Folge, das ist nicht wenig für so ein Spiel. Das stimmt, das stimmt, ja. Sechs bis acht Dosen Energy. Aber dann geht's deinem Herz nur gut. Nicht jedes Herzflatten ist positiv. Ja. 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 Das ist ja viel Koffein plus viel Zucker. Was man leider dann zu sich nimmt, wenn man so viel, wenn man viele Energy Drinks trinkt. Außer man haut sich natürlich die Zero-Dinger rein. Aber die schmecken dann. Bleh. Ab und zu trinke ich ja tatsächlich auch mal einen. Mehr Kalorien als die normale Cola. Ja. Ab und zu trinke ich ja tatsächlich auch mal einen Energy Drink. Das ist ja, ne, völlig legitim. Aber das ist selten. Also, da muss ich schon wirklich total müde sein. Dann hole ich mir tatsächlich einen. Obwohl er nichts bringt, aber es ist Placebo-Effekt, glaube ich. Puh. Na, warte noch ein bisschen was. Aber dein unterer Ding ist fertig. Bis auf Wirtzorn halt. Ja, läuft doch. Ja. Richtig. Der Körper gewöhnt sich irgendwann in Koffein. Das stimmt. Ja, Energy Drinks. Tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe das... Da ich ja schon 35 bin, habe ich das miterlebt, wie der Trend im Kommen war. Weil früher gab es die ja noch nicht. Das kam ja erst dann wirklich mit Red Bull und so einen Scheiß. Dann kam das ja eigentlich erst. Und dann kam das in den Discos mit Wodka und so einen Kack. Genau. Dann kam es dann irgendwann mit den Alkoopops und so. Und dann kamen ja eigentlich erst wirklich die ganzen Energy Dings raus. Ich kann mich noch erinnern, damals, dass Smirnoff-Eis rauskam, da war es ja auch so, dass es sehr beliebt war, weil es halt, ja, man konnte sehr gut trinken. Und dann haben sie die Rezeptur geändert, weniger Zucker und dann war es doch plötzlich nicht mehr so angesaugt. Ich kann dir sagen, ich habe Smirnoff-Eis ohne Ende gesoffen. Das haben wir Paletten-Sarise getrunken, das Zeug. Was du meinst, die haben die Rezeptur im Prinzip nicht vom Zucker her geändert. Die haben den Wodka rausgenommen. Danach war nämlich Wein da drin, anstatt Wodka. Ach so, okay. Das mussten die in Deutschland machen, weil auf Alkoopops mit, ich glaube, mit, also mit Hochprozentigen, also mit Wodka und so was, kam ja eine Extra-Steuer drauf. Und deswegen haben die das dann irgendwann mit Wein gemacht. Smirnoff-Eis gibt es ja auch nicht mehr. Doch, gibt es wohl noch, aber das ist kackteuer geworden. Und die ganzen anderen, die billig sind noch, da ist Wein drin, anstatt Wodka und so. Tatsächlich. Haben sie damit entgegengewirkt, weil ja viele, das ist auch immer so ein Ding, das haben viele Jugendliche getrunken. Genau. Dann sollen sie mal den Jugendschutz ein bisschen besser durchgreifen. Weißt du? Meiner Meinung nach. Na gut, sag mal. Ich muss sagen, ich habe das gerne getrunken, das Zeug. Du hast in der Disco, das war nur die Zeit, wo ich gerne in die Disco gegangen bin. Ähm, du bist zur Theke gegangen, hast du ein, zwei Flasche ins Smirnoff-Eis geholt oder whatever, ist ja, gibt ja, habt ja genug früher von dem Zeug. Ähm, und fertig. Danach hast du aber eine Flasche in der Hand gehabt, fand ich. Was ich viel, eigentlich ist es cooler, als wenn du so ein blödes Glas in der Hand hast. Wie so eine Bierflasche, gleich effekt. Und war halt, das war halt damals, wo das kam, war das echt billig. Ich weiß nicht mehr, eine Flasche hat 50 Cent gekostet oder so. Irgendwie sowas. 59 Cent oder sowas hat so eine Flasche damals gekostet, Smirnoff-Eis. Wahrscheinlich der Grund, wieso das so gut für sich verkauft hat. Wahrscheinlich, ja. Also das war richtig billig. Ich sage, wir haben das palettenweise geholt damals. Für Feten und sowas alles. Oder dann nachher Bacardi-Brazer. Gab's auch noch, da war auch so ein Zeug. Na, stimmt. Ähm, dann gab's noch eine Zeit lang, kann ich mich auch gut erinnern, die Zeit, dieses Tequila-Bier. Desperados und sowas alles. Dann auch, die Zeit hab ich auch alle. Ich hab, glaube ich, in meinem Leben sowieso schon fast alles getrunken, weil es gibt auf dem Markt. Ich bin nur zwei Jahre jünger als du. Von dem her kenn ich das alles auch. Genau, du kennst dann auch alles. Ich kenn's auch. Dafür bin ich. Dafür bin ich. Ich weiß nicht, wie viele Clubs es nicht mehr gibt, die es damals gab. Weil einfach die Leute sich. Also heutzutage hat wirklich mehr Social Media richtet. Oder dann wirklich halt nur in die Großstädte noch gehen. Also ich kann dir in Duisburg, kann ich dir spontan, könnte ich dir drei große Dinger nennen, die früher auf waren, zu meiner Zeit noch, die es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Das ist einmal der Delta Park, Delta Musikpark. Da war so eine große Disco im Zirkuszelt, kann man so sagen. Das ist so ein Zirkuszelt gewesen. Oder besser gesagt, da steht immer noch das Ding, da ist aber nichts mehr drin. Dann gab's das Old Daddy, das war so ein Gewölbe im Prinzip, so eine Disco drin. Auch ein Riesending. Dann gab's hier noch das PM, das war eher so eine Nobel-Disco auch. Auch so ein Großraumding und Turbinenhalle Oberhausen und so was, gibt's hier alles nicht mehr. Geben tut's die Sachen alle noch, klar, aber da sind keine Discos mehr. Ich war früher jedes Wochenende in der Disco, egal was da war. Wann haben sie da? Nein, das ist ein Disco. Eigentlich immer, jeden Freitag waren wir in der Disco. Außer wenn Sommer war. Sommer waren wir meistens dann, das war dann die Zeit, wo wir das palettenweise geholt haben. Oder zwei, drei Paletten Dosenbier und so was, wo noch kein Pfannen drauf war. Haben wir uns dann am Reingesetzt, damals mit dem Ghetto-Blaster und so'n Scheiß. Ja, ja, Veranstaltungen gibt's immer noch in den Turbinenhalle zum Beispiel, ja. Aber als Disco gibt's die nicht mehr. Also so, dass im Prinzip irgendwie zwei-, dreimal die Woche auf hat oder so. Es gibt noch ein paar tatsächlich, in Essen gibt's noch den Delta Musikpark, den gibt's ja noch, den großen. In Düsseldorf gibt's, glaub ich, auch noch so zwei-, drei große. Aber hier, Duisburger Ecke, Umgebung, eigentlich gar nichts mehr. Alles zu. Alles pleite. Ist auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich bin 35, ich geh sowieso nicht mehr feiern. Hab keine Lust drauf. Bin zu alt hier. Oder ist zu alt noch nimmts, aber Familie und so, da geht man nicht mehr so oft feiern. Ich könnte jetzt auch sagen, Du bist intelligenter geworden. Also ich sag mal so, ich, eigentlich, es gab hier in dem Delta halt, das war so ein, eine Disco, die hat mehrere Bereiche gehabt. Die hat einmal so ein, so ein, so ein Main-Bereich gehabt, da, da wurde halt meistens, ähm, halt Chart-Sachen gespielt oder halt dann irgendwann, ähm. Danke für den Follow, ähm, aus, ähm, Dance-Charts und sowas halt, die üblichen Sachen. Dann gab's, ähm, einen Rock-Bereich da, wo ich auch zwischendurch mal gerne drin war. Je nachdem, wie der Pegel war. Dann gab's halt auch noch einen Bereich, da haben die, ähm, ja, so Feiermusik gespielt. Ähm, kann Schlager gewesen sein, kann 90er-Jahre-Musik gewesen sein oder sonst irgendwas, so wie solche Sachen halt, wo man halt auch mitsingen kann und so. Da wäre ich, da wäre ich jetzt auch noch gerne, weil jetzt wäre ich so wahrscheinlich in dem Alter, wo ich da drin wäre. Ich bis jetzt immer noch nicht. Ja, PM in Mörs, genau. Dat ist aber auch dicht. Dat war eher so die, ich sag immer, Nobel-Disco hier in der Ecke. Da kam's tatsächlich nicht mit Tourenschuhe rein. Oh, klar, gut, hat uns verlassen. Oh. Ja, schreien vier Buchstaben nach mir. Ja, unsere Bannassa, die wird so wieder gnadenlos. Ja, ich schreien vier Buchstaben nach mir. Frau? Auch. Bett. Naja, ich werde jetzt aber den Stream beenden. Bevor wir uns jetzt hier, bevor wir noch irgendwo, obwohl wir können auch noch eine halbe Stunde weiterquatschen, aber das, da bin ich sehr unproduktiv. Nein. Als ob das sich enden würde. Hallo? Nachher bist du auch unproduktiv und streamst nicht mehr, also von dem her gesehen. Ich geh dann im Bett. Ah, okay, ja gut. Also doch unproduktiv. Noch weniger produktiv. Ach, du warst doch beim PM schon mal, okay. 2006, 2007. Ja, das kommt auch hin. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Licht gemacht hat, aber das war, bis gleich, das war so in dem Dreh, in dem, in dem, in dem Zeitraum. Delta hat, glaube ich, also hier Duisburg, das Delta hat, 2012 dicht gemacht, oder 2013, oder so. Dann war, dann wurde es ja übernommen von einem, dann hieß das Temptorium. Und das war irgendwie ein Jahr offen, oder, oder ein Dreivierteljahr, dann war es auch wieder zu. Auch wieder pleite. Okay. Ja, ich glaube, Großraumdiscos lohnen sich nicht mehr heutzutage. Weil, wenn ich überlege, in dem Ding, da passen locker 2.000, 3.000 Leute rein. Wenn nicht sogar mehr. Ja, sie müssen sich halt extrem abheben, mit irgendwas Speziellem. Ja, sicher. Das ist es ja. Ich glaube, wirklich so Großraumdiscos, das ist, wenn du da nicht ein vernünftiges Konzept hinter hast, lohnt sich das nicht mehr. Naja, ich sag dann schon mal eine gute Nacht an euch und meine Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Eine gute Nacht, Ragul. Bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen. Ja, bis morgen. Tschö. Tschö. Tschüss. Hey. Ich musste dir mal kurz eine Handkante geben hier. Einmal kurz einen Nackenschlag. Das ist also ein bisschen Kamerageil. Und der Lord. Vor allem muss man den Mann zwischendurch hauen, sonst schläft er noch ein hier. Ist so, sonst, also gut, wobei, er macht es in letzter Zeit doch offensichtlich, dass er, wenn er wirklich afk ist oder pennt, dann steht er nicht mehr im Bauwerk rum, sondern zu Hause in seinem Haus, hier auf dem Server. Kannst du meistens vorausgehen, wenn du morgen reinschaust, der Lord ist online, aber sitzt bei sich zu Hause, weißt du, okay, der ist nicht da. Ich muss ja sagen, wann war das, wann war das, wo ich, wo ich morgens geguckt habe? Und da war, war, war der, war hier Lord auch online? Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich gucke morgens so, online, alles klar. Ja, und vor allem, du musst bedenken, der Server startet glaube ich um drei Uhr neu, also der muss mindestens nachher nochmal eingeloggt haben. Warte, nicht sogar heute Morgen? Wie ich um fünf oder so mal geguckt habe, auf den dynamischen Map, ich glaube, da habe ich ihn gesehen. Ich glaube, heute Morgen war das. Ja, aber der war gerade zu Hause, das heißt, im Speichel der AFK. Ja, ja, bei uns gab es viele früher, also früher, zu meiner Zeit, gab es ja viele Großraumdiscos in der Nähe. Das E3 in Geldern gab es noch, ähm, Paradise Planet in Förde, äh, was gab es denn noch? Ja, Düsseldorf, zack, der Fusion Club, ähm, ja, zack, gibt es ja immer noch so, oder? Der Fusion Club glaube ich nicht mehr. Turbinhalle, wie gesagt, Delta, Duisburg, Delta Essen, Soundgun, Duisburg gab es damals auch, Soundgun Dortmund gibt es ja auch, wenn er den noch gibt, das weiß ich nicht. Ähm, der, wie ist der, Prater? In Bochum? Es gab richtig viele große Diskurs hier in der Nähe. Da kann ich leider nicht mitreden. Wir sind ein bisschen zu weit weg. Ja, nee, man ist ja früher auch mal rumgekommen. Zu der Zeit. Ja, aber, ich habe bestimmt nicht Diskurs in Deutschland abgeklappert. Das Schlimmste war immer nur, das Schlimmste war immer nur, wenn ich derjenige war, der die blöde Karte gezogen hat und mit dem Auto fahren durfte. Ja, gut. Wir haben das immer so gemacht, wenn, ähm, eigentlich haben wir immer, ähm, Stäbchen gezogen, tatsächlich, aber natürlich, haben wir das so gemacht, dass nicht einer, zweimal hintereinander musste, ne, das heißt, beim nächsten Mal musste der eine nicht ziehen, der vorher, davor die Woche gefahren ist. Also, das haben wir dann schon relativ gut aufgeteilt. aber man hat das ja auch, dann kann der eine nicht, zum Beispiel der eine, eine Wochenende kommt der eine nicht mit, der eigentlich dran wäre mit dem Fahren, dann muss natürlich ein anderer einspringen, bla bla bla, das kennt man ja. Genau. Aber das war mal, naja. Ich weiß noch, eine Aktion, da sind wir in, boah, wo war das? Also, da waren wir, da waren wir da im E3, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube, da waren wir mit dem Geld an, ja. Da ist ja auch eine Ecke von Duisburg weg. Und, da ging mir so scheiße, da bin ich, ich bin ein Auto gefahren, muss ich sagen, da hingefahren mit den Jungs. Ich bin, weil mir so kacke ging, da ist dann so eine, so eine Chillout Zone gewesen, mit Couch, mit Sofas und so. Habe ich dann gesessen, da bin ich auf dem Sofa eingepennt. Bin dann irgendwann um halb zwei oder so wach geworden, keiner mehr da von denen, die waren dann alle in der Main Area oder sonst wo. Am Trinken und am Feiern da halt. Ich dann die Leute gesucht, haben erstmal einen Kaffee geholt, genau. Habe dann erstmal die Kumpels gesucht. Habe dann auch ein paar gefunden. Ich so, immer, was ist los? Lass der mich da einfach sitzen, alleine pennen oder was? Ja, du bist weggeknickt, was sollen wir machen? Und so. Er so, wisst ihr, die können wir ja mal einen Arsch legen. Habe ich gesagt, habe ich gesagt, alles klar. Hier habe ich den einem Kumpel, habe ich einen Zwan in die Hand gedrückt. Habe ich gesagt, ja, wofür ist das? Ich so, wirst du später brauchen. Wieso? Ich so, weil ich jetzt nach Hause fahre. Habe ich den, habe ich den mit dem Taxi fahren lassen. Peng. Ja, was ist denn, was soll sowas? Weißt du? Lassen die alle alleine sitzen und haben einen Knacken. Und ich war ja nicht besoffen oder so. Ne? Ich war einfach nur müde. Kann man auch. Ich sage, habe ich Kratztorren, habe ich dem 20 Euro in die Hand gedrückt, habe ich gesagt, hier, ist sogar mehr als du eigentlich brauchst, als Anteil. könnte man mit dem Taxi näher fahren. Fertig. Und bin auch so gefahren. Warten die alleine? Ne, das waren, also wir sind immer, ich glaube, zu fünft meistens gefahren. Ah, okay. Zu fünft oder zu sechst. Also so viel, wie im Auto gepasst haben, im Prinzip. Ja, logisch, genau. Und auch im Kofferraum. Da sagst du was. Hier haben sie auch extrem Schneefall angesagt, bis 20 Zentimeter. Das kann man aber spät jetzt, Lort. Bei uns haben sie auch Unwetterwarnung rausgegeben. Ja, hier auch. Das soll, entregnet jetzt die ganze Zeit schon, so, ich sag mal, seit zwei Stunden oder so. Das soll sich aber wohl ab, äh, ab der Nacht irgendwie ändern, zwischendurch. Und dann soll es wohl stark, extrem Schneefall, oder starken Schneefall geben. Mal gucken. Aber wisst ihr was, ich werde jetzt den Stream mal ausmachen, weil ich werde langsam echt müde und ich muss auf Klo und alles. Deswegen, ähm, danke, dass ihr erschienen seid, zugeguckt habt, war sehr unterhaltsam mit euch. Finde ich immer gut, wenn der Chat dann auch, äh, mit einem redet und so. Und ich würde sagen, wie gesagt, wenn morgen Stream kommt, ist wieder ein Ankündigungsvideo da. Ansonsten einfach auf YouTube gucken, ihr werdet es dann erfahren. Gute Nacht und bis zum nächsten Stream. Ciao. Gute Nacht zusammen. Tschüss.